Licht, Schatten, beschwörender Sound. Fünf transparente Zylinder erinnern an Gebetsmühlen der Buddhisten. Wir tauchen ein in die Ausstellung der Inderin Nalina Malani, in die zahlreichen Schichten ihrer Installation. Wir sind auf der Documenta 13. Das Herz des Kunstfestivals ist das Fridricianum. Dort hat die Leiterin Caroline Christoph Bakatschieff die Rotunde zum Brain, zum Gehirn erklärt. Es zeigt ihre Sicht auf die Kunst der Welt, von der Antike bis auf den Tachirplatz, Gemälde von Giorgio Morandi bis zu einem Flussstein und seine exakte Kopie von Giuseppe Penoni. Das Leitmotiv der Ausstellung ist Zusammenbruch und Heilung. Und fast haargenau passt das zur Arbeit der jungen Künstlerin Mariam Ghani. Sie zeigt zwei Videodokumentationen nebeneinander. Auf der einen Seite das restaurierte Fridricianum, auf der anderen Seite der zerstörte Darulahman-Palast in Kabul. Für mich, das Interessante ist, um diese zwei Gebäude zu verwenden, ist, um die Ruhe und die Restoration zusammenzunehmen, um es zu betrachten, wie jeder Gebäude funktioniert als eine Art von Ghosn oder ein ECHO des anderen. Auch Goschka Makuga verarbeitet zwei verschiedene Orte. Sie fügt sie in einem großen Wandteppich zusammen. Die Künstler des Fridricianums gehen wie Forscher vor. Sie recherchieren die Vergangenheit und benutzen die Geschichte, um die Gegenwart zu begreifen. Das gilt auch für Kader Atja. Er führt uns in ein Panoptikum, in dem Artefakte afrikanischer Kultur mit europäischen Vorstellungen zusammentreffen. Die Recherche Mark Lombardis führt uns in die Welt der Verschwörungstheorien. Er recherchierte nach Zusammenhängen in der Welt der Mächtigen und schrieb seine Informationen auf tausende Karteikarten. Friedlicher ist der Spaziergang durch die Karlsau. Die Suche nach Gegenwartskunst führt uns auf Parkwege und zu einem Sanatorium. Dort bieten sie uns bislang unbekannte Therapien an. Das Institut arbeitet als künstlerisches Distributionssystem für Placebos. Da folgen wir doch lieber dem Klang exotischer Vögel in ein kleines Gärtenhaus. Ein Haus, das mit Würsten vollgestopft wurde. Anna Maria Maiolino hat sie aus Ton geformt und zu Haufen aufgeschichtet. Etwas weiter in der Kompostieranlage finden wir einen Körper im Dreck. Der Kopf der Statue von Pierre Ueck steckt in einem Bienenstock. Hier ist Sicherheitsabstand Pflicht. Das Gewächshaus von Thea Giordatze befreit uns nicht von dem mulmigen Gefühl. Schwüle Hitze macht das Atmen schwer. Doch ihr Werk ist eines der wenigen auf der Documenta, das mit skulpturaler Stränge zerbrechliche Bilder formt. Unzählige Schattenspielfiguren begegnen uns in der neuen Galerie. Joffrey Farmer hat sie aus dem amerikanischen Live-Magazin ausgeschnitten und zu einem riesigen Schiff zusammengestellt. Mit dem machen wir uns auf die Reise in die amerikanische Geschichte. Nicht erschrecken, Stuart Ringhold zeigt eine ungewöhnliche Therapieform. Doch eigentlich will der Künstler, dass die Besucher mitschreien. Die gebürtige Beiruterin Ethel Ednan führt uns durch ihre Ausstellung in der Documenta-Halle. Sie zeichnet kleine Bilder, abstrakt und sehr farbig. Manchmal erkennen wir eine Landschaft auf schlichte Form reduziert. Für die 87-jährige Malerin, Schriftstellerin und Dichterin ist es als älteste Teilnehmerin eine große Ehre auf der Documenta zu sein. Ich bin eine der alten Generationen in der Documenta-Halle. Ich fühle mich, dass wenn mein Werk überwärts die Veränderung in der Art ist, dann ist es ein guter Zeichen. Denn wenn es wirklich Art ist, kann es über die Generationen gehen. Ich meine, after all, if you had a show of Paul Klee in Documenta today, he will be contemporary. And Leonardo would be contemporary. So, good art transcends time. If it's good, it survives. If it's not, it doesn't. Ob die Motoren von Thomas Bayerle überleben werden, muss sich erst noch herausstellen. Doch seine tuckenden und Ave Maria murmelnden Maschinen im Keller der Documenta-Halle haben gute Chancen. Gleich daneben sind wir wieder bei Nalina Malani und entspannen in ihrer Lichtinstallation. Nach dem Rundgang über die Documenta bleibt ein Eindruck hängen. Der Weltverbesserungswunsch von Christoph Bakadziew bleibt diffus. 100 Tage hat sie nun, um uns ihre Idee näher zu bringen.